Unser nächster Speaker heißt Erwin Steinhammer, um es nochmal wirklich nachzulesen, damit es wirklich korrekt ist. Und er war auch schon beim ersten netzpolitischen Abend als Gast hier und ist eigentlich fast immer hier gewesen. Und einer unserer treuersten Besucher sozusagen. Und er ist heute hier, um uns zu erzählen, was man eigentlich als einzelner Bürger tun kann, wenn man mit Gesetzesvorhaben der Regierung unzufrieden ist. Man hat immer das Gefühl, da geht eigentlich nichts, ach diese Politiker ärgern einen immer. Aber man kann eigentlich doch auch was tun, wenn man ganz alleine sozusagen ist. Und wie das funktioniert, wird uns jetzt unser nächster Vortragende erzählen. Danke. Genau.